Ab auf die Piste ist schon lange nicht mehr genug. Skitouren und Freeriden werden immer mehr zum Trend der Wintersportler. Die Skier und Snowboards werden leichter, die Enden werden anders geformt. Wer sich abseits der Piste bewegt, muss aber auch bei den Sicherheitsartikeln aufrüsten. Vor allem ohne Helm geht nichts mehr. Alles, was früher gegen einen Skihelm gesprochen hat, ist heute eigentlich kein Argument mehr. Die Hersteller haben massiv an Gewicht, Belüftung und Passform gearbeitet. Das leichteste Modell bringt gerade mal 320 Gramm auf die Waage. Ein so leichter Helm ist kaum spürbar. Auf der Ispo in München können sich Wintersportler über die neuesten Produkte im Bereich der Sicherheit informieren. Aber auch über die neuesten Trends der Winter- und Skimode. Mit Wollmützen mit integrierten Kopfhörern macht Musikhören jetzt auch im Winter mehr Spaß. Egal ob auf der Piste oder im Alltag, die selbst gestrickten Mützen sind stylisch und praktisch, sorgen immer für einen guten Sound. Auch für die Freunde des Apreski gibt es Grund zur Freude. Bei den neuesten Skischuhmodellen ist der weiche Teil herausnehmbar. Grundlegend ist es ein normaler Skischuh. Das Besondere ist das herausnehmbare Innenteil. Du kannst mit dem Teil gehen, fahren oder einfach nach dem Skifahren feiern. Der Trend bei Skibrillen geht weiter in größere Dimensionen. Und ein weites Blickfeld dient ja ebenfalls der Sicherheit.